ja hallo herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Battlefield Play for free und wir versuchen den ganzen Tag schon immer was ordentlich aufzunehmen aber wir kommen nicht dazu weil wir einfach mal nicht können heute zwei Stunden versuchen wir es ja gut seit zwei Stunden das ist der Unterschied zwischen zwei Stunden und den ganzen Tag gar nix so die Welt und jetzt an der Krankenwache es geht in die Ender 21 jahre eine SMG für den Pionier und ja die ist irgendwie richtig geil habe ich so bemerkt und jetzt kommen wir schon mal zu den in den Darmes immer sind es ist es heißt für alle deutsche und und ich glaube mit dem Tracer um warum auch immer warum nicht tue ich das egal noch einmal die deutsche und uns auch sein da mal am Markt fein eliminiert und ja kommen wir zu den verschiedenen Details ich weiß ich muss ja plötzlich ich bin nicht nur die Gassen laufen und bin deswegen etwas angespannt ach ich gehe dahinter auf die Suche so mach ich dir erstmal hier alle platt Jo also das ist unser Pionier und kommen zu den technischen Details also sie hat einen Schaden von Mittel sie hat eine Präzision von sehr hoch sie hat 24 Kugeln und davon habt ihr in einer als in einem Magazin habt ihr 24 Kugel ist ja klar und davon habt ihr vier Magaziner noch dabei die Reichweite ist lang und die Feuerrate ist schnell vollautomatisch das haben wir ergänzt durch unsere Attachments und zwar den Browser-Loft, den Wiper-Max, den taktischen Schaft das ist einer, fuck ähm ja das ist die taktischen Schaft, warte mal Browser-Loft, Wiper-Max und dem Red Dot und du bist down ja und dem Red Dot natürlich natürlich original im Pack gekauft die Waveserbrand 30 freischaltbar natürlich nicht für uns wie als ich wieder schon vorher, warte mal, da ist einer fuck die müssten schon mal herkommen so ich mach uns holen wo wo sie da neben dem in der Reihe und richtig schlecht dann müssen treffen die Stolz diese Traum wieder heute mit der Vorfahrt da ich finde die sehr schön sehr sehr schön doch jetzt muss der Nachhinein das ist ein richtig scheiß Back ist das Mann mein lieben Freunde kommen aus allen ihren Löchern setzt dauern ich komme auf jeden Fall ab stand down er ist doch dauernd fast keine immer mehr ja ich bin gerade ein bisschen ruhiger weil wir machen eine Live-commentary ist jetzt auch egal Alex Alter und ja ich habe keine Lust gerade so recht müsste weil ja wirst du wissen ich habe keine Munition da muss ja immer noch das Beste aus sein immer noch das Beste rausholen einfach mal reinhauen okay ich hab nicht groß gezielt einfach mal reingehauen es hat funktioniert das hat auch funktioniert da wäre das Go auch gar nicht mehr so schlecht heute der war allerdings daneben jetzt er will doch jetzt nicht erst auf seine Sicht ist die nicht das kann ja wohl nicht erst auf den Anstern nur auch an ihm ganz schön im Schuss ja übrigens Prozent als er erzählt dass das hier unten ein bisschen schneller wird es ist ein bisschen schneller aber es ist ein bisschen weiter das liegt an dem das liegt daran dass wir gespielt haben dass jeder Art der Heilung Prozent vier Prozent effektiver ist da haben wir es auch aber es durch eine Spritze auch ich bin einfach mal für mein Team für mein Team oder Prozent 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 der Moni mehr das ist doch nicht dein Ernst ist doch jetzt wohl nicht dein Ernst aber hier läuft noch irgendwo einer von den Typen rum aber ich kann hier noch was erstmal alles ordentlich nach jetzt hier mit einer kranken Fist ich hab ganz vergessen dass unser Flugzeug auch umfliegt ahaha oh Junge der DP 90 Achus Sporen wird denn ernst ja ich finde dies sehr cool und ich werde vielleicht hängen wir auch gleich noch ein Spiel wir sind eh gerade übrigens gut und wir sind siegen übelte, das war übrigens schnell jetzt und wir haben eine neue 2 vielleicht auch noch zehn ich hab jetzt nicht so Gas gegeben da war Gas geben und wir haben tausend ja wir hängen weil wir einfach mal übelst glücklich sind auch da Alex auch dabei übrigens mit diesen komischen Geräuschen ich weiß nicht ob man das wird Alex da hallo L Alex hat die so ein bisschen verblendet es kommt noch nicht gar nicht an wie so ein Fischhörer Bordaar mit seiner mit seiner SS Prozent wo es nicht es wird wo er er hat die Staubein Staubein er ein Träger war schattet Reckende er lebt ob er geschehen weil er noch mehr die Städte aber es ist doch so drittig die die auch auf die Klinik haben wir heute mal die neue Begräufe ausprobiert an der Tränen bei der Schale er selber noch schlecht gemacht das ist eine reine Sniper-Map wir wissen einfach mal Sport machen sonst nicht böses und was machen wir war einfach mal abgesnipet die ganze Zeit jetzt nachdem man es kommt um was ist ein falscher Hase hat er vor Ort und um die Busslüsse nach vor Ort und ich bin nach vorne das nicht oder so Stürze vor Ort der Heimann ich bin so gut Ackner das ist die WD-Träger feiert erhältlich ist der Wirtschaft mehr ja ja da war er wieder neben der die Welt das war es so auch nicht und weiter auch weiter er hat ihn ja alles okay also ja es sollte die wunder mich nicht das andere so er ist aber der eine neue Kursen und so kranken Gantens Transmobil geht es ja ab und so Tor oder auch auf die Storfer das er den Kranken er was er gestattet hinsichtlich ihm ein Adena sagt der deutsche als die Welt und Bruder ja auch geht das heißt es gibt doch gar nicht doch beim fein Roller ich mache es dauern es ist wir müssen jetzt mobil unterwegs sein auch auch wenn ich sie abgeschossen ja wo sind die Kollegen die schlechten Ausch Junge wie schlecht sind die denn bei der Basis hier ein paar Dinger hinlegen ist das ein Mensch also wir haben ja nur eine Fahrzeugabendung naja da haben wir ja die zwei Kühlpunkte am Wicken wann ist der Muttertag für mich? das weiß ich doch nicht Juni, Juli, April oder Mai Achtung bis hier rein ist ja witzig auf, fuck, nicht, ne, ne hast du da getippt? Achtung, nassig da war auch wieder Autsch das ist zu ernst hier da war ja immer gar nicht etwa wer muss ich auch hier rauskommen die Gegner spielt gerade zu holen oh jetzt was was oh nö oh nein auch Teammann Teamwechsel auch es kann nicht dein Ernst sein man wolle man wolle würde mich alle verarschen, alter die war dann wo Adolf geboren wurde was weiß ich denn ich werde 19 25 29 29 29 oder 67 nein nur mit 40 dann ne na eben schon 19 29 was soll ich denn das wissen wenn es so ist sie so ist wie Gerdorf und habe Karten auf dem Baum oder was das heißt ich bin nicht Muster und habe Latschen an dann halt so welche Hosen kann man nicht ansehen die Windhoose hehehe da war doch das kugellose Witz dran wie viel sind denn das wie viel sind denn das wie viel sind denn das das ist dort steht so schlecht oh mein Gott oh mein Gott renn spazieren haue Scheiße ich bin mit 1.500 Punkten als ich bester im Team, musst du wissen. Es ist Premium Alley. Was sind wir denn, ey? Mann! Und ich habe aber wechselt, ich habe wechselt. Und ich wurde an heute in der weindlichen Linie abgesetzt und werde jetzt diesen Aberfuck und wurde gekillt. Mann, was soll das? Kannst du eigentlich, während du Fallstamm fliegst, auch schon schießen. Fabi? Ja, kann ich. Ja, toll, aber ich komme. Was soll das denn? Boah, Mann, wir werden grenzenlos plattgemacht. So leben es scheiße. Und jetzt, oh Gott, wo soll ich mal das scheißfällig? Also denn, oh, fuck, was soll das denn? Oh, was soll das denn? Als würde ich schon wieder in der weindlichen Linie abgesetzt. Das ist doch nicht fair, Junge. Dies wunderschön. Und... Ich schrieg kann dies ein, Mann. Diesen Brotter, bei Feinlichemal wäre gleich sofort von der Skyl runtergeholt. Mann, ey, was läuft denn bei euch einschieben? So, jetzt also nochmal. Was bedeutet die App zum WWW? World Wide Water? Wo webt Werner? World Wide Web oder World Wide Wire? Nein, nochmal. Nein, nochmal. Keine... Was? World Wide Web? Warum? Bei einer einen Steam-Karte, das muss ich mal rausschauen. Ich stehe dafür, dass wir diese Punkte verteidigen. Warte, fuck. Mann! Das kotzt mich! Wer gehör nicht den Heiligen Drei Königen? Mechior, Balthasar, Kaspar oder Horst? Horst. Ich bin eindeutig für Horst. Horst. Natürlich, Leute, natürlich. Wir haben sie gekriegt zu 22 zu spielen. Ist das dein Ernst? Ich will das ja als vorsichtig benutzen. Ich will das ja als vorsichtig benutzen. Ach, Mann. Was soll ich denn jetzt machen? Ach, Mann. Was soll ich denn jetzt machen? Oh, da schlägt mir der einzigste Mine. Wenn jetzt verstanden, sehe ich mich hier hin. Was ist ein Trikuss-Spiel? Trikuss-Spiel? Ah, der muss doch über die Jule fahren. Toll. Freunde, das war's auch schon wieder von diesem tollen Let's-Play-Benz-Waffen-Review. Und es war einfach nur, bin sie nicht mit mir gefahren. Ich bin mit einer 1 zu 9 und 1.700 fucking KT-Punkten. Äh, KT-Punkten. Ja, Punkten. Natürlich hast du am Team. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder. Und seid, macht's gut. Tschüss, haut rein.